Aber schön, dass man hier erstmal so diese Rennstrecke hier lang fährt. Jetzt fahren wir quasi dann raus, wa? Erinnert einen ja fast schon so ein bisschen... Ne, wir fahren doch gar nicht raus, hier von wegen. Erinnert einen so ein bisschen an die Nordschleife, ne? Du fährst erstmal so den Nürburgring. Willkommen zurück zu meinem Let's Play The Crew 2 auf dem PC-Volge 77. Wir machen direkt wieder eine schöne vier weitere Aktivitäten. Und wir fangen an mit Show Racing, Touring Cars. Da haben wir noch 1, 2, 3. Okay, Tatsache auch nur noch. Also es neigt sich langsam wirklich am Ende zu... Wir gehen jetzt von San George in Las Vegas. Da werden wir wieder ein bisschen zu tun haben. Alpha Grand Prix können wir vielleicht auch noch einen machen. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Stunt-Geschichten. Er ist nur bei 382. Die sind gar nicht so hoch, aber egal. Wir machen das alles mit dem Pagani durch. Der ist einfach supergeil. Heute haben wir Spaß. Ah, perfekt. Wenn mich die Vorgabe hier abzieht. Bereit ist der Trier der Westby Tour West? Wir fahren von San George, Utah nach Las Vegas, Nevada. Ja, kein Problem. Ich hab mal Richtung 400. Das war's. Das war's. So, viel Vorsprung haben wir noch gar nicht raus zur Zeit. So, ein bisschen Topspeed hier. Okay, komm, komm, komm. Gas, 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 Gas. Go. Wir können schaffen. Aber unter Fünfer? Aber nicht. So viel Strecke. So viel Strecke. Das war's. Komm 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 Aha Wieder so eine schöne Landschaft Wie gesagt, man hätte doch hier schon Wieder so viele Möglichkeiten gehabt Ah, die sind wir ja schon beim Staudamm Ist doch eigentlich schon hier Las Vegas, oder? So Na ja Gut 15% fehlen noch 5 Minuten, das ist nicht drin Aber hier kommt auch schon die Stadt Nicht schlecht Jetzt nochmal über 400, jawohl Aber eine Minute fahren wir sogar raus Haben wir Hier sind die ganzen Casinos und Hotels Hey, unsere Entdecker nähern sich Las Vegas Hier sollten sie nichts riskieren Und alles auf Sieg setzen 1, 2 Nice Keine Belohnung hier? Belastend Was ist das wieder für eine Scheiße? Na gut Wir machen weiter mit Tatsächlich Motocross Ich mache jetzt die beiden Letzten hier Und zum Abschluss machen wir dann noch Äh, Alpha Ja, dann haben wir das Motocross schon mal Wieder weg vom Fenster Dann ist das erledigt Ja, und dann dauert es ja wirklich nicht mehr ganz so lange Wie gesagt, so Richtung Folge 80 rum Dann nochmal zwei, drei Vielleicht Aber dann denke ich mal Sind wir wirklich durch Die Interception-Dinger Die machen wir in einer Folge Wir erwarten von euch statt Das Spiel hat begonnen Das hat sich ja weh So Was für ein Stunt Oh ja, das ist nicht schlimm 1A Sprung 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 Ja gut, ne Also das ist schon wieder Punktetechnisch Absolut Vereinfacht Best Adrift Best Adrift ever Wow, das hat gekracht Bleib bei uns Neue ich doch Nur wenn ich mal kurz drifte Heißt das doch nicht, dass ich gleich verpisse Du machst da mal auch schon Und dann nichts für ein Ziel Auf geht's Oh ja, diese Straße Da sind auch nochmal Guck mal, wie viele Punkte hier drin sind Nur durch Wenn ich hier einfach mal Höh, was war das? Okay Ist klar Na ja, klar Höh, wie viele Präzisionspunkte zu geben Dann nehme ich sie natürlich an So Da oben ist das Finish Oh, was war das? Als hättest du fliegen Oh, die Zeiten sind immer relativ beschränkt Das muss ich schon sagen Gut, haben wir mal Sehr nice Okay Alles klar So, ich glaube Jetzt ist mein Postingang wirklich voll Und ich kriege gar keine Sachen mehr Ah, bräuch ich jetzt auch nicht Ist mir egal Hobbybelohnungen Was willst du denn? Ah, diga Bräuch ich nicht So Weiter Motocross Da geht's ja nur bis 95% Ne Motocross können wir auf 100% machen Naja, aber egal Das ist das letzte Das letzte Motocross Empfohlen 10 Wir haben 44 Geil Aber eben das fast für ein Halbfacher Von dem Leistungsindex Ja Kämpft um den Sieg Wir erwarten von euch Statt Das Spiel hat begonnen Vergessen auszuweichen Anje, du hast mich ja quasi dazu gezwungen Diesen Weg Zu fahren Gibt halt einfach nicht lange genug Fahrer aus Ja, hier macht er jetzt kein BD Sehr viele verschenkte Punkte Tausend Oh nicht, ne Als hättest du fliegen Ich erreiche die Ziellinie Eine Latenne Hier geht's mal langgerade aus Aber hier kriegst du ihn dann einfach nicht Den Winnie Jetzt bringt's dir auch nichts Also das ist ja Blödsinn hier Als hättest du Flügel Ich fällst jetzt runter Egal, wir haben auch schon gleich wieder hier Master Jo, haben wir Na dann Ab ins Ziel Scheiß auf Punkte Ja, was machst du denn? 1H Sprung Das hat sicher weh Ja, 3 Viertel erst Also die Routen sind halt echt schon lang und aufwendig gemacht Das muss man ja sagen Das muss man schon sagen Als hättest du Flügel Aber diese ständig wiederholenden Sätze, die hätten sie echt weglassen können Das nervt schon so ein bisschen So, jetzt haben wir auch noch 30 Sekunden Oder so Okay, jetzt Mach das nicht nochmal Also Okay, scheiße, scheiße, scheiße Komm, komm, komm Alter Aber easy Zack Aber gut, ne Also 2, 3 Verkacker mehr Äh, ja Gut, und dann machen wir noch einmal hier den Alpha Grand Prix zum Abschluss Das war jetzt schon wieder zeitlich knapp Die Dinger dauern doch immer länger als man denkt Aber egal So, Offroad ist hier wieder jetzt so 100% Wunderbar Außer halt Fotoalbum Das machen wir wie gesagt nicht Äh, scheiße, wir haben ja schon 100% Alpha Grand Prix Äh, dann machen wir noch einmal Touring Car hier Ja, dann machen wir noch einmal hier Touring Car Alpha Grand Prix hatten wir schon fertig Wie gesagt, das ist jetzt echt nicht mehr so viel Okay, Weltrekord 230 Das heißt, da sind wir aber wirklich in 4 Minuten Dann denke ich mal durch Das ist nicht so lang dann Okay Dann kriegen wir das hin 3 2 1 1 1,49 Okay, gut Das war ja ein Macht euch bereit für das sechste Special der West Move to a West Die Hügel von Nevada Entdeckt die trockene Landschaft des Beifußstarts An 3 Minuten, Alter Ab geht's Das war ja der Weltrekord nicht mal, ne Aber trotzdem Bisschen Gas Aber schön, dass man hier erstmal so dieses Diese Rennstrecke hier lang fährt Jetzt fahren wir quasi dann raus, wa Ja Ändert einen ja fast schon so ein bisschen Ne, wir fahren doch gar nicht raus Hier von wegen Aber dann hat man ja so ein bisschen an die Nordschleife Du fährst erstmal so den Nürburgring Und dann fährst du raus auf die Straße Oder bleib ich jetzt hier echt drinnen Ich glaube, da bleib ich hier drinnen Ja, dann ist es ja wirklich jetzt hier gerade nur noch ein Streng Dann ist ja wirklich wieder der Nürburgring dann einfach Oder geht's jetzt mal Nö Cool Da sag ich nicht, ne Ist ja immer wieder was Neues Oh, schön knackig Passt ja jetzt zum Ende Dann sind es drei Runden Oh, schön knackig Oh, schön knackig Oh Ich bin Ja. Naja, unter 3 wird's nicht, aber echt eng. Ja, schon der Rekord war bei 2.30, glaube ich. Komm, 3 Minuten, aber das wird echt, da müssen wir jetzt ja wirklich... Ja, okay, schon verkackt. Unverkackt. 3.10. Oder 3.5. Schade, wirklich. 2.3.4. Auch die 5 nicht. Stand doch noch eine 5 da, aber... Damit sind wir für heute wieder fertig, Freunde. Nächste Folge geht's dann mit den weiteren, noch offenen Sachen weiter. Fehlt ja tatsächlich, tatsächlich, nicht mehr viel. Ich danke euch ganz herzlich für's Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020